Sie tappen bei Stromausfall zu Hause durch die Finsternis? Sie haben stockdunkle Ecken im Haushalt, wo es keinen Strom gibt? Sie brauchen endlich Licht, wo keines ist? Ab heute kein Problem mehr mit Handelux Colors. Die kabellose stylische LED Allround Powerlampe für jeden Einsatz. Drinnen und draußen. Aufhängen, ziehen und alles ist hell. Einmal Klick, zweimal Klick, dreimal Klick. Einfacher geht's nicht. Kein Strom am Dachboden? Mit Handelux Colors brauchen Sie keine Stromleitung mehr. Finstere Treppenabgänge? Einmal ziehen und alles erstrahlt in hellstem Licht. Das stromlose Ankleidezimmer? Einmal ziehen und es geht Ihnen endlich ein Licht auf. Unbeleuchtete Ecken ohne Strom gibt's in jedem Haushalt. Mit Handelux Colors ist das vorbei. Dunkle Schränke? Einmal ziehen und es wird taghell. Durch die dunkle Garage tappen? Einmal ziehen. Und Sie haben alles im Griff. Ihre Kids fürchten sich im Dunkeln? Jetzt haben Sie endlich das schönste und sicherste Nachtlicht, das es gibt. Und Handelux Colors besitzen die geniale Safe-Touch-Oberfläche. Sie können die Lampe jederzeit anfassen. Sie wird selbst bei 24 Stunden Dauerbetrieb niemals heiß. Das ist speziell für Kinder ideal. Ihr Mann will schlafen. Sie wollen lesen? Kein Problem. Mit Handelux Colors. Kein Strom beim Camping. Alles tief schwarz. Ab jetzt sind Sie nie wieder auf Strom angewiesen. Eine alte Almhütte. Komplett ohne Strom. Mit Handelux Colors beleuchtet. Wird es eine kuschelig schöne Wohlfühloase. Im schönsten Licht. Und ab sofort gilt. Wenn Ihnen zu Hause mal der Strom ausgeht. Kostet Sie das nur noch ein Lächeln. Stromausfall ist bei uns kein Thema mehr. Aber Handelux Colors sorgen auch für den perfekten Fun-Faktor. Sie kommen im Mega-Package in den Trendfarben. Gelb, Orange, Magenta und Grün. Zu Ihnen nach Hause. Handelux Colors sind auf jeder Party der absolute Hingucker. Ihre Nachbarn werden Sie beneiden. Machen Sie mit Ihrer Familie, Freunden und Bekannten die Nacht zum Tag. Solange Sie wollen. Mit Handelux Colors. Und jetzt das Beste. Handelux Colors bestechen durch super starkes, aber dennoch extrem energiesparendes High-Power-LED-Licht. Wir zeigen es Ihnen im Handelux Colors Härtetest. Drei Qualitätsbatterien werden in eine Handelux Colors-Leuchte eingesetzt. Einschalten. Und ab jetzt läuft Handelux Colors mit einer Zeitraffer-Kamera durchgehend. Sehen Sie sich das an. 24 Stunden, 48 Stunden, 72 Stunden, 96 Stunden, 120 Stunden. Und Handelux Colors leuchtet noch immer. Das ist einfach genial. Fragen Sie unsere Telefonberater unbedingt auf. Nach der brandneuen Handelux Colors Deluxe-Version. Jetzt mit noch hellerem Licht. Mit Infrarot-Fernbedienung zum bequemen Ein- und Ausschalten. Und mit 12 auf Knopfdruck einstellbaren, bezaubernden Farben für jede Stimmung. Plus einen 4-Stunden- und 8-Stunden-Timer. Für Sie jetzt zum absoluten Spezialpreis.